Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlichst Willkommen zurück zu einer Runde Worms Klavers gegen Shazen. Guckt doch mal einer an, wer da so sitzt. Ja, diesmal spielen wir mit Elementar. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, Elementar. Guten Tag, Herr Wurm. Nein, tu es nicht! Einfach reingespült. Ich dachte, du bist so auf dem Wasserstrahl und gehst weg. Oh, bitter. Ich hoffe, du kommst viele Runden nicht dran und da seufst. Ach, da unten ist auch noch einer gewesen. Was soll ich mit dem jetzt? Ja, das Einbauen in den Berg. Das war die Idee. Der ist safe für die nächsten 10 Runden. Das ist eh nicht. Diesmal haben wir die Rundenzeit ein bisschen, äh, die Spielzeit etwas gekürzt. Also Sundance kommt auf jeden Fall, geh ich mal stark von raus. Außer jemand findet Abageddon. Äh. E-Esel und Abageddon muss eingesetzt werden sofort. Würde ich sagen. Ja, das macht man glaube ich eigentlich. Okay, das machen wir. Äh, ähm. Der ist da super direkt am Phase, ja. Hm. Ja, ich habe aber nichts, was ich da einsetzen kann. Keine Mine, gar nichts? Stimmt. Brennbenz. Flammenwerfer. Oder ja, oder das. Was ist das denn alles, Kai? Zauber. Burn, Baby! Nein! Das kann nicht wahr sein! Doppelten Schaden! Ich habe eigentlich gedacht, dass das Fass hochgeht. Ja, aber das wurde vom Feuer nicht getroffen. Meinst du? Oder es wird nicht ausgelöst. Siehst du doch. Also. Du hast drüber geschossen und dann ist das Feuer, äh, rechts und daneben. Wahrscheinlich hat dein dicker Wurm das ausgetreten. Ich weiß es nicht, äh. Okay, okay. Ich sehe schon, das wird so eine Fake-Compilation. What the... Oh, ich habe gedacht, dein dicker Wurm. Das wäre es gewesen. Ja, sehr schön. Gut bewegt hast du dich. Ernsthaft? Du warst... Achso, nee, ich dachte, du warst gerade dran und er hat sich bewegt. Nee, wahrscheinlich wurde er kurz vor dem Feuerbett getroffen. Gleichmacher. Das war dieses Ding, wo ich dir Leben zocken kann, ne? Ja. Machen wir den Klassiker. Schuhen guten Tag. Komm, dance noch ein bisschen. Dance noch. Ja, sehr schön. Ja, voll in die Richtung. Das ist sehr schön, ja. Achso. Nein! Komm rüber! Nein! Das wäre zu geil. Ich weiß es nicht, er fliegt tatsächlich rechts rüber. Ich bin irgendwie so ein bisschen zentral positioniert, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das schreit irgendwie nach Armageddon und ich ste... Ich habe gedacht, der landet jetzt auch da drüben. Ja, wenn jetzt Armageddon kommt, ne, dann bin ich glaube ich der, der stirbt. Ja, das stimmt, ey. Wer ist denn jetzt dran? Wer ist denn? Der hat... Nein, also welcher wohnt man noch? Ähm... Ich habe so gar keinen Plan. Okay, das ist das, das ist der Gleichmacher. Äh, die hebe ich mir auf. Obwohl... Was ist das? Den kenne ich nicht. Ich probiere sie aus. Was ist das? Gaskanone? Ja. Spüre! Gift! Hat meiner gerade eine Giftmaske aufgehabt? Oder eine Gasmaske? Ist ja geil. Ich habe erst gedacht, ich könnte mich vielleicht selbst damit treffen. Leider nicht. Boah, ich stehe hier aber auch scheiße. Na, wem sagst du denn das? Ich stehe da am Abgrund. Alle Würmer in der Mitte. Das stimmt. Wir haben schon wieder so viel Gegenwind, da kann ich doch nichts machen. Ah, den Stummgranaten haben wir ja gar nicht. Wir haben hier nur Feuer, Wasser, Gift. Ich probier's. Gut. Achso, ich bin der da. Oh, das trifft deinen Dicken, oder? Ne. Oh. Das trifft gar nichts. Das ist doch scheiße. Wieso habe ich da im Gegenwind? Was soll ich da machen? Was soll der denn jetzt machen? Wer ist denn dran? Der, der da am Fass, ne? Ach, der! Natürlich, klar! Ja, das macht Sinn. Rückschiff für Bonus-Leben. Mhm. Los geht's! Let's go! Ja, schönes Ding. Schön, dass wir da sind. Das ist der Highlight, deswegen packe ich den da mal hin. Oh, dieses Ei liegt der Scheiße. Ja, wow! Hab ich schon wieder? Ne, Bunkerbomben ist hier nicht. Das ist gar gar nichts. Hm. Diesmal hast du aber guten Wind, diesmal. Ja, ich kann trotzdem da nicht umgehen. Ja, das stimmt. Und? Auf kurz Glück! Ja, genau. Wow! Wow! Alter! Der Snipe! Ich fass es nicht. Welcher ist dran? Wenn dann fast gewesen wäre, das wär's so geil. Hm, das ist ein kleiner... Wir haben keine Teleporter, wir haben gar nichts. Weil die Teleport kann. Eine. Wow. Hm. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Was hast du da? Ich weiß es nicht. Napalm? Ist das Napalm? Ja, das ist Feuer. Mit ein bisschen Unglück tanzt er da runter. Der ist oben rüber gedenkt! Der ist von der gefährlichen Seite über die Kuppel... Ey, ich fass es nicht. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Boah! Das geht doch direkt ins Wasser. Das wär zu schön, aber ich hab... Nee, der landet vorm Fass, würd ich sagen. Schrei mich nicht an! Was kommt jetzt? Kommt doch der Movie. Vorm Fass. Das ist ganz gut. Das stimmt. Das nächste ist der 75er und dann ist okay. Welcher ist dran? Der 105er? Na. Ja gut, der kann ja... Der kann da stehen bleiben. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So, der hätte ruhig mal ein Ei oder so bringen können. Irgendwas Explosives. Und deine Würmer gehen weg und dann kippt das Ding rechts rüber. Perfekt! On Point! Schönes Ding! Du bist auch ein... Alter, ich fass... Der ist sogar... Direkt tot! Schönes Ding! Aber ist der Dicke, was? Doppelten Scherp noch. Ein Traum! So, dann gehst du rechts mit deinen Würmern weg. Und dieses Ding kippt dann rechts runter und tötet deinen, der nah am Rand steht. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. So. Nee, komm, wir machen jetzt erstmal einen Save. Komm mal. Weg damit. Das hätte ich vorhin vielleicht sehen sollen, bevor ich ein Arbeiten gemacht habe. Das war die Handlung. So. Was soll ich mit dem machen, ey? Ja, der ist, äh... Nützlich. Okay. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Nein, nicht ins Feuer! Naja! Das war nur ein kleiner, das war nur ein kleiner! Das war nur ein kleiner! 59! Das war knapp! Ich dachte kurz, er überlebt, aber... Mhhh! So, welcher ist denn jetzt dran? Der kleine? Ne, ich glaube die Rakete hat 45 gemacht, plus das Fass hat 55 gemacht. Achso, das haben wir auch nicht. Wow! Was denn genau? Äh, wir haben keine, keine... Dinger. Hm? Keine, keine Jetpags. Ja, die Vorstellung ist richtig kacke. Und Kisten fand ich auch... Glücklicherweise habe ich ja da den Dingschen gelegt. Und jetzt geht er saufen. Lol! Und der Zahn oben drauf. Ne, der ist unter ihm. Oh Mist. Ach, ich dachte ich kann beide da reinspülen und sie kriegen... Wasserschaden. Ah, der ist jetzt sogar dran. Das ist schuld. Ah, Mist. Also, zuerst lasse ich das hier. Hm. Ich hab's geahnt. Und dann? Ja, wirklich viel machen kannst du nicht, ne? Was ja sogar gegenwind. Bei? 5 Sekunden. Ja, ja. Geht sich aus. Oh, mit starkem Wind. Macht keinen Unterschied dabei. Oh, er gänzt. Nein! Minen! Auf die nächste Mine! Ja! Oh, das war's. 118. Boah, ist das bitter. Der einzige, der da oben war von meinen Leuten. Bye, bye. Shit. Das war ein Schulerzug. Das war bitter. Der war echt gut. Komm schon. Komm. Erstmal gucken. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber das muss sein. Das ist klar. Okay. Jetzt kommt der Random Factor. Total Random Factor. Ey, wenn dein Linker, den du da eingebautet hast, du erlebt, ne? Oh shit. Oh shit. Ist ja gut aus. Noch lebt er, ja? Oh! Das ist fassbar wichtig. Okay, der ist down. Ich weiß es nicht, was hier los ist. So. Wie sieht's aus? Ey, haben alle deine Würmer überlebt oder was? Ey, das ist ein Witz, ey. Alle rechts haben überlebt. Und auch alle links. Alle einen. Wow. Wow. Was ein Abageddon, ey. Ich weiß nicht, war das... Das war aber fast nicht vorhersehbar. Nee, aber das war... Das war ein dicker, ne? Sogar. Und trotzdem so wenig Schaden. Achso, ich weiß nicht, ob es sich auf alles auswirkt. Meinst du nicht? Bunkerbombe. Na okay. Ist wichtig. Ganz schön lame, ja. Muss ich ja mal so sagen. Da hab ich aber mehr von dir erwartet. Achso. Der ist vergiftet wegen dem Ei. Ich wollte eigentlich noch rechts runter springen, aber da lag die Mine vor. Das war das Bittere. Ähm. Du siehst, jetzt wurde er geheilt. Weil du den dicken Kopf hast. Das ist ja nicht mehr vergiftet. Äh. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da ist es. Ah, stimmt. Den Waterpake kamen wir da übrigens. Ach guck ich. Das ist egal. Das ist egal. Ich kam nicht weiter runter. Ich musste nur noch unten nach links. Mit den letzten. Sehr schön. Nein, jetzt fließt das Wasser ab. Ja, das ist gut. Sehr schön. Das finde ich nicht in Ordnung. Und mein Name da unten stirbt. Ja. Das ist unglaublich. Was ist denn das hier für eine Runde, ey. Er überlebt Armageddon mit so vielen Würmern. Sehr schön, dass der dran ist. Das finde ich in Ordnung. Das ist echt schön. Mhm. Was kommt jetzt? Aufgabe, oder was? Warte mal, der winkt. Als ob. Ich wollte nur, dass du dich kurz freist. Hättest du ruhig machen können. Jetzt kommt das auch noch. Wow, so früh schon. Napalm? Nix. Bei so viel Wasser. Ah, stimmt. Wir haben das Wasser, das scheiß Ding. Hab ich vergessen. Nee, 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 nee. So nicht. Mein Wasser. So nicht, du. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt den Snipe. Warte mal. Jetzt kommt der Snipe. Der stirbt. Was für Waffen, ey? Der stirbt und der andere sprengt den anderen mit. Come on. Do it. Das war ein kleiner, der... Ja! Leute, doch. 15 Schaden und 14 braucht er nur. Ah! Ein Traum. Jetzt ist nur noch dein einer da, der sich da hinten die ganze Zeit einbuddelt. Nein. Nein. Jetzt ist die Frage. Hast du noch irgendwas? Womit du mich töten kannst? Oder musst du eines Tages da raus und ich spiele auf sudden death? Das in einer Minute kommt... Oh nein, er hat noch Wasser. Fuck. Okay, okay, okay. Ich seh. Komm, ist der weg? Ja! Ja, komm, komm! Ja! Ja, der ist weg. Das war safe. Das war safe. Es war richtig. Oh, das war sehr... Ja. Gibt's hier eigentlich nochmal Waffen oder so, die hier mal runterfallen? Ja, echt? Gar nichts. Ist da überhaupt was runtergekommen heute? Also, in der Runde? Ich bin irgendwie der Meinung nicht sehr viel, wenn überhaupt. So, du hast deine Bunkerbomben weg, du hast deinen Napalm weg, du hast, wenn überhaupt, noch Wasser. Deswegen geh ich so ein bisschen auf diese Seite. Ähm. Safe. Okay. Falls ich runtergespült werde, muss ich da so hin. Aber du könntest... Ich hab meine Gasmaske auf, falls du das Wasser einsetzen willst, deswegen. Diese Elementarsachen hier sind echt gefährlich. Ich hab vorhin überlegt, ob ich die Bunkerbombe nutzen soll, um da reinzukommen bei denen. Weißt du, und dann einfach Gift von oben reinschütte oder sowas. Hm. Das würde ja nicht passen. Die geht nicht so tief rein. Die Bunkerbombe? Mhm. Buddel die nicht komplett runter? Mhm. Die würde ungefähr auf dem halben Weg, vielleicht ein bisschen runter. Das ist gut, ja. Das ist gut, weil du kommst nicht da unten bei mir rein, aber ich komme nächste Runde da raus. Schund. Gut. Ich kann nichts machen. Ja. Ist zu spielig. Es konnte nichts machen. Ich hatte ne Idee, aber der Winkel ist scheiße. Ich komm da unten nicht rein. Hm. Darauf hab ich geachtet. Ich hab überlegt, ob ich vielleicht mich hochbuddeln soll. Ich mach den gleichen Trick wie du. Hahaha. Krieg Schaden. Ah Mist. Hm? Ich dachte kurz, du kriegst vielleicht Schaden. Aha. Kriegst du mich da? Gegenwind? Das ist echt kacke mit dem Gegenwind, ey. Gut, dass du es sagst. Ich hoffe, es wird... Ah, es wäre gut. Es wäre echt gut, wenn ich noch ne Runde schaffe. Oh nein. Lol. Hahaha. Unglaublich. Unglaublich. Hahahaha. Hahahaha. Oh der Fins ey. Alter, wie schnell streckt das Wasser. Hahahaha. Hahahaha. Das war aber nicht ausgemacht. Hahahaha. 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 Was kann ich machen? Hahahaha. Ich könnte da rauf gehen, oder... Oder drauf gehen. Oder drauf gehen. Das ist richtig. Hahahaha. 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 Na gut. Zehn Schaden. Die kann ich... Hahahaha. Hahahaha. Ja. Irgendwas muss ich machen. Irgendwas muss ich machen. 15 sogar. Ja. Und das Wasser kommt. Das Wasser ist nicht kack. Klar. Aber ich hab zum Glück noch den Aquatec. Und das ist nicht der Dicke. Ne. Damit kannst du gut fliegen. Das heißt, ich könnte die theoretisch noch runterspülen. Das ist richtig. Aber dafür habe ich ja extra mein Hähnchen aufgesetzt. Ja. Aber es war ein Dicke. Ignoriertes. Ja, stimmt. Oh. Komm, wird runtergespült. Ah, Mist. Oh. Wird runtergespült. Hahahaha. 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 Achso, ich darf noch was machen. Wie doch mal ein Stück nach rechts. Habe ich verpeilt. Hahahaha. Hahahaha. Ohhhhhhhh. Waaahhhhh. Na jetzt, ey! Wir kriegen mal was! Da drüben. Alle 15 Runden kommen. Das gut. Oh, das wird es kann. Oh, das wird es kann. Failed. Hahahaha. Ich bin nicht wie geplant. Hahaha. Nicht so ganz. Das ist gar kein Wind. Komm da runter. Nein! Ja! Gott sei Dank. Das war's. Komm doch da runter und werd gefälligst mit abgespült. Ich probiere jetzt was Witziges. Oh, ich fass es nicht. Du hast mehr Gesundheit als ich. Das ist sogar noch ein Aquapack. Wow. Du hast gar keins benutzt. Er versucht's mit Wasser, der Sack. Obwohl ich gleich absaufe. Ich glaube nicht, dass ich es so oder so schaffe. Nein! Nice! Auch mein Nero. Das Spiel ist doch ganz geil. Ach so. So. Ach so, du bist dran. Mit Ammon. Hä? Wie? Ach, Mann. Ach so, na gut. Ja, meine lieben Freunde. Das war mir noch eine Runde Clan Wars. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz schön scheiße. Ähm. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr so sein solltet, gerne ein Däumchen da lassen. Macht es gut. Bis dahin. Und gerne beim Chasen vorbeischauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.